Ich grüße euch zurück zu Altus Live. Jetzt mal als Polizist, als Praktikant bei der Polizei. Ich mache jetzt mal kurz die Rolleneinweisung, beziehungsweise gehe jetzt mal auf den dementsprechenden Server. Guten Tag. Hallo. Ich bin der neue Praktikant, der heute seinen ersten Arbeitstag hat. Okay, dann... Willst du Ruhe oder Grundlos erschossen werden? Ist mir egal. Als ersten Arbeitstag ist mir erstmal egal. Also, ich lasse mich jetzt auf die Anweisungen ein. Okay, dann lernst du jetzt erstmal die Schattenseiten Kavallas kennen, dann gehe ich einmal nach Alpha, bitte. Okay, mache ich. E-Werden geht. Guten Tag. So. Ich bin der neue Praktikant, der hier zugewiesen wurde. Ja, wir sitzen noch mal, Herr Kuh. Du kommst perfekt zur richtigen Zeit. Okay, ich tue fix Connecten. So. Noch eine Frage, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, soll ich da jetzt bloß das Mikrofon muten oder auch den Sound? Es gibt im... Das ist dein Problem. Ich persönlich mute immer beides, weil ich es persönlich lästig finde, wenn ich mich niemand unterhalte, dass ich das TS noch höre. Okay. Und da gibt es im Forum auch eine Erklärung, wie man das genau macht. Das Verhalten ist gestört durch. Ja, das habe ich mal gesehen, aber ich habe es nicht wiedergefunden, wo das direkt im Forum ist. Aber ich habe es eigentlich auch so eingestellt, dass ich beides müde... Ich kann nur eine halbe Stunde. Ich kann ihn für zwei Stunden einpacken. Ich bin echt... Ja. Warte mal, ich muss den mal zu fassen kriegen, dass ich... Ja, hatte ich auch gerade. Er hat ihn schon eskortiert. Warte. Ich weiß, egal, eskortieren. Ich habe ihn jetzt. Ah, warte. Nein, nicht, nicht, nicht rein. Du setzt ihn draußen auf eine offene Fläche. Wenn man dann nicht wieder halb in der Wand sitzt. Du setzt ihn hier jetzt, stellst ihn mitten auf die offene Fläche. Warte kurz. Ja, ich kann das hier machen. Habe ich, habe ich, habe ich. So, erklärt ihm das jetzt nochmal. Ich habe jetzt hier die Einstellung schon offen für zwei Stunden. Also soll ich jetzt einen Kavala am HQ spawnen? Da kommt sie wie zum ATM. Ja, sie sollten allerdings, dass die Blende hier schnell wieder verlassen wird. Ja, ich kann nicht sehen, damit sie das nebenher aufs Lande ist. Okay, das war alles wieder. Gut, schauen Sie mal. Gut, schauen Sie mal. Sein Bugusing da rechtfertigt, der platzt einen auch immer an die Rutschner. Da ist nicht gut die AP, wenn ich Buguse, Buguse ich. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, hat er AP gemocht, aber wenn er nachher dieses Bugusing betreibt und besonders noch glitching, knallt dann auch immer mal die Rutschnur hier weg. Würde mir gerne den neuen Praktikanten anzeigen, da will ich den nicht sehen. Ah, jetzt steht er dran. Ja, ich hatte noch kurz TS-Einstellungen zu machen, deswegen war ich noch nicht ganz. Sack, wo ist denn die Dings hier? Oh Gott, nein, jetzt ist er weg, ich wollte euch noch dieses Video schicken. Nein, ich habe es doch jetzt erst hochgeladen gekriegt. So, veröffentlichen. Äh, ist das normal, dass man als Polizist erstmal keine Karte hat? Eigentlich nicht. Doch, ja, du musst dich komplett ausrüsten, aber wenn du stirbst, behältst du alles. Okay. Ja, bitte einmal Rucksack, Nightwischen und all sowas besorgen. Ich werde den Link einmal hier reinposten. Würde schön, kann die da mal angucken. Ich hoffe, dass es in Pol HD ist. Na, erst nur 360p, das kann nicht sein. Auf HD, nee. War mal lustig, das Video. Na egal, wir haben auch, glaube ich, zu tun. Trenn die Karten drauf mit. Leute, auch wie, äh, Zeug einpacken, raus nach Kavala. Äh, Werkzeugkasten und Verbandskasten auch mitnehmen. Ja, schadet nie. Schauen hast du das hier an? Ja, ja. Das war lustig, ne? Sekunde, wie noch nicht? Der Typ ist wieder da, tasern. Läuft grad ins Akku rein. Aber das ist leider nicht ein Full HD, verstehe ich nicht. Tasern, ähm, tasern und einpacken. Ja, soweit richtig verstanden, Delta Ende. Tür zumachen, aufpassen, dass die Tür zu bleibt. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ, ist der oben hoch, der ist hochgerannt. So, wenn er springt, wird er von mir in die Luft getasert. Dann überlegt er es. Man, ich wollte nur gepflegt, das Video gucken, jetzt los mit dem Typen. Mann, nix kann man machen, ey. Darf ich Nagelbänder mit mir führen, oder ist das noch nicht in meinem Dienstgrad erlaubt? Doch, doch. Hab ihn getrailt, hab ihn getrailt, hab ihn getrailt. Ihr könnt ihn festhalten. Halt ihn fest, halt ihn fest, ich wollte springen. Nö, ich festnehme, ich festnehme, ich bin auf dem Weg. Ich sehe den nicht mal. Lauf, 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 jetzt, shift R, shift R, shift R, shift R. Geht nicht. Noch lebt er, noch lebt er, der lebt überlang. Ja, ich kann ihn nicht. Der ist doch schon getasert. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jawohl, jetzt hat er einmal lebt, jetzt guckt er. Ich verstehe bloß nicht, warum, ähm, das Video nicht in Full HD ist. Boah, ich glaube, ich muss das Video erst rendern, glaube ich. Also, ähm, bei dem Praktikanten erneu ist, das ist eine verhaltensgestörte Person. Okay. Also, ich persönlich hab die Schnauze voll, das ist jetzt, das ist dein Problem, weil du bist Einsatzleiter. Ich bin jetzt gerade dich davor, ihn einfach in den Knast zu schicken, ich hab das Fenster schon offen. Bitte was? Wo ist der Typ denn? Oben auf dem Dach, er lässt sich nicht runtereskortieren, weil einmal mit Bakio sind wir aus der Eskorte befreit. Komm, Bravo, komm, Moment. Ja, komm, komm, sag ihn das jetzt einfach mal ohne RP, sag einfach nicht. Nicht ohne RP, wenn sollen wir einen N, äh, T-In. Das ist Bug-Using, Bug-Using, gibt's kein RP. Ja, bestell den, bestell den mal in unseren TS oder er wird rannt. Das wird so. Warte mal kurz. Wir hatten doch hier einen Mod, der gerade auch Dienst hat. User left your channel. Also, ich war jetzt gerade beim Mod. Ja. Also, ich hab gerade mit dem Oberstadt und Wald geredet und für ihr sehr strategisches Verhalten, was ich hier anfangelegt habe, soll ich sie erstmal ins Gefängnis schicken. Was hab ich denn falsch gemacht? Was soll die Aussicht hin? Ah ja, klar. Und, ich bin jetzt. Ich denke, das wissen sie, aber jetzt nochmal für sie, um das jetzt nochmal Out-Games zu erklären, die betreiben praktisch Bug-Using und das wird auf diesem Ziel nicht toleriert. Ja, warte, einen Moment bitte. Ich möchte nur wissen kurz, was das Bug-Using ist. Das müssen wir nur kurz später entfernen. Sie befreien sich aus unserer Eskorte, nehmen Sie sich hinsetzen. Wenn Sie Handschellen anhaben, können Sie sich normalerweise nicht bewegen. Und, dass Sie die ganze Zeit sich hinsetzen, aufstehen, sich dabei noch vorwärts durch Wände durchflitschen. Das ist jetzt wahrstehen Sie und das wird auf diesem Ziel nicht toleriert. Aber was weiß ich denn aus der Eskorte dabei? Was ist dann, wenn ich mich jetzt hinsetze? Ja, wir können Sie runterbringen. Ja. Achso, okay, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Aber ich möchte mich hier hinsetzen. Das ist wesentlich angenehmer. Soll ich nur für eine Stunde reinschicken oder soll ich ihn gleich für zwei, wie für Torler üblich reinstehen? So, schicken wir weg. Gehen weg. Ähm... Ja, was du sagst, ich soll ihn einfach erstmal für eine Stunde wegpacken. Dominik? Bitte? Ich soll ihn jetzt erstmal für eine Stunde wegpacken, oder? Ist ein Troller maximal würde ich jetzt nicht sagen. Also eine Stunde ist schon in Ordnung, ja. Keine Kaution? Keine zwei Stunden. Ähm, die Kaution müsste eigentlich so hoch wie möglich sein. Ja, ich kann ja eine beliebig hohe Zahl eintragen. Troller, genau. Solange es geht oder... eigentlich steht ja im Gesetz, ähm, Troller sollen so lang es geht. Da er ja kein Troller ist, also Bug-User, würde ich sagen, eine Stunde. Wenn du zwei Stunden kannst, pack dir eine Stunde rein. Das wird noch ein Nachspiel haben, ist klar. Also alles, was der macht, ist die selbst anzeigen. Ja. Eigentlich war es vorher schon beim Mod und hat mit einem geredet, also... Vorsicht, die Dinger können töten, ne? Ja, bitte, äh, warten, dass der Antrieb runterweg ist. Warte, warte, jetzt kannst du ganz runter. Übrigens, ich habe ein Kopfgeld von 18.000 bekommen. Was hatte der bitte sehr alt auf seinem Kopfgeld? Auf seinem Kerl? Ach, der, 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 ne, der war noch nicht, ähm, von der Fahndungsliste gelöscht worden, weil der ja sein Ding bezahlt hatte. Ich habe gerade verstanden, dann, äh, normal, normal, die... Ich werde dich jetzt aber abmelden. Glaube ich auch. Also wir hatten hier heute schon so viel Scheiße am Laufen. Ja, mir ist das Spiel auch, also... Das könnt ihr mir nicht angucken. Ich bleib noch etwas. Also wie gesagt, wir hatten heute verdammt viel Scheiße hier, also das... Äh, ich sitze draußen in dem SUV, der an der Mole steht, also hier vorne am Wasser steht, und das Licht anhat. Ja, ich komme. Alles klar, äh, ich muss kurz mit dem Haku-Bild. Euch... Na gut, alles klar, gut denn. Mach ich schon mal, ciao. Na gut, wir haben auf dem Haku-Bild oder so. Viel Spaß dir noch. Ja, danke, ciao. Ja, ciao. Sehr, super, wunderschöner Start, muss ich sagen. Erstmal Action reinbringen. Gut, da habe ich dann, äh, mit jemandem alleine zu tun, das ist ja auch schön. Okay. Äh, soll ich das Auto abschließen, oder? Ähm, also prinzipiell, wenn wir aussteigen, immer drauf achten, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist. Frage, warst du schon mal Kopf? Nein, das ist mein erster Tag auch, äh, ich habe es von der Wege nicht geschafft, auf Park League reinzukommen. Ähm, dann bitte einmal Schranke aufmachen. Ja, ich muss doch mal gucken hier, weil ich habe gerade megamäßiges Deezing. So, jetzt. Äh, warte mal kurz, das können wir kurz beheben, äh, treib mal den Fahrersitz ein. Genau. Und fahr mal ein paar Meter vor. Ja, mach ich. Gut, reicht. Ja, und da tue ich die Stange wieder schließen. Genau. Äh, so, prinzipiell, währenddessen wir fahren, ist mir das ziemlich egal, ob das Auto offen oder zu ist. Ich habe es lieber offen, weil wenn man einen Unfall baut, kann man dann noch schnell aussteigen, bevor es explodiert manchmal. Okay. Ähm, sobald wir allerdings das Auto schließen, also verlassen, äh, ist unbedingt drauf zu achten, dass das Auto abgeschlossen ist, weil sonst steht das Auto keine 20 Sekunden, bevor es geklaut wurde. Ja. Ja, ansonsten, hast du jetzt ein Nagelband mit? Ja, ich habe ein Nagelband gekauft. Okay, bitte aufpassen, wenn du das benutzt, also gehst du mit Z, Nagelband anklicken, dann benutzen, dann hast du vor dir quasi so eine Rolle Stacheldrahtes vor dir. Hm. Mit diesen kannst du Leute verletzen. Okay. Also bitte unbedingt aufpassen, damit bringst du auch welche um. Okay, gut. Äh, ich, ich kenne das so von, äh, anderen... Da landet da hinten ein Heli? Äh, ich, ja, ich glaube, ich sehe da nicht da. Da war doch gerade noch ein Heli und der ist jetzt verschwunden und der kann ja vielleicht nicht die Luft vornehmen. Ja, ich, ich habe gerade auch, ja. Ja, der landet hier, glaube ich, auf dem Sportplatz, so wie es sich anhört. Oder? Irgendwie höre ich hier Heli-Geräusche. Jetzt hebt er gerade wieder ab. Jetzt liegt er in Richtung Krankenhaus oder Garage eher. Nee, Krankenhaus ist es. Äh, fuck, mein HQ ist zu leise. Jetzt gibt's mal hier. Nee. Okay. Okay, ehrlich, es ist noch ein so sogar das Geradsoptive kommt? Soweit ich das gesehen habe, hat niemand eine angefordert, bzw. ich habe keine Entscheidung gekonnt. Einfach verstanden, ich habe überprüfen kurz, dass ich das im Kratmann runtergegangen bin. Was ist da hin? Was ist davor runtergekommen? Ich sehe mich gar nicht, weil ich sehe niemanden. Ich sehe auch niemanden. Aus. Dahinter steht einer. Hier, hier auf der Straße steht einer. Einen schönen guten Tag. Ist das die PSG-Helikopter? Guten Tag dir. Negativ. Der gehört dem Kollegen. Welcher Kollege? Der, der hier gerade angekramt kommt? Der Heli hier. Ja. Ich bin jetzt schon bewusst, dass Sie a. nicht vor dem Krankenhaus landen dürfen und b. auf dem Krankenhaus nur mit Landegenehmigung? Ich hatte nachgefragt meinem Kollegen. Der meinte, das geht in Ordnung. Aber da oben steht ja schon mal drauf. Ja, bei wem haben Sie denn nachgefragt? Äh... Ich glaube, 3 P-Games oder so, kann das sein. Äh, könnten wir kurz von der Straße runtergehen? Ich dachte, vielleicht kommen wir überfahren, ja, oder? Ja, natürlich. Ähm... Das könnte eventuell sein. Moment, da muss ich kurz gucken. Der Kollege hat gerade sein Dienst verendet, da muss ich kurz nachschauen. Ähm... Ansonsten... Ja... Ich wusste es halt nicht, weil das Hauptpartier wusste von nichts. Ja, das ist auch nur für den Wachmeiß, ehrlich. Haben Sie eine Ahnung, wem der Helikopter auf dem Landespad rum gehört? Nee, das weiß ich nicht. Oder was steht da drauf? Ich wollte mal nur kurz... 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 Ich wollte nur kurz einen Rucksack drauf gehen, also es geht schnell. Ja... Gut, dann können wir mal... Ja, okay, dann... Guter Herr. Einen schönen Dienst noch und hoffentlich nicht so viele Banditen hier in der Gegend. Ich bin da mal schnell den Rucksack geholt. Ja... Deswegen hasse ich es, wenn die einzelnen Gruppen selber ihre Landegenehmigungen erteilen und nicht das HQ alle zentral. Ich muss aber zugeben, ich als Zivilist kenne es auch, dass ich meist nicht vom HQ die Landeerlaubnis bekomme, sondern von anderen Polizisten. Naja, das ist aber eine Zumutung. Ja. Das ist eigentlich Aufgabe des HQs und das hat das HQ zu tun und alles nicht mit. Ich arbeite das selber ab. Der hat ja auch nicht mal hier die Kollisionslichte an. Der Hummingbird. Ja. Der wird jetzt überprüft und wenn du... Also du kannst, wenn du hier mal rangehst, das Scrollmenü aufmacht, der ist sogar offen, also der wird auf der Stelle abgeschleppt. Ja. Lass dir Kofferraum durchsuchen, Fahrzeug durchsuchen und Fahrzeug beschlagnahmen. Okay. Mit Kofferraum durchsuchen guckst du, ob irgendwas hinten drin liegt und wenn ja, steht entweder da, hier scheint nichts Illegales zu sein oder aber... Das Fahrzeug ist leer. Steht da. Könnte auch sein, dass wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Heroin drin liegen würde, dann würde das beschlagnahmt werden gleich und unten steht da, wie viel Geld quasi das wert war und das wird dann auf dein Konto gut geschrieben. Okay, ich tue jetzt mal, äh, Fahrzeug durchsuchen. Genau, dann siehst du, wem das gehört. Das gehört, äh, Ladisla Kaminski. Ja, ja, Sekunde, das ist einer der Kaminski-Brüder, da schaue ich kurz, ob von den Kaminskis noch einer da ist. Ähm, Z hat schon... Na, der Typ ist doch da. Ja, der Typ ist ja so. Und jetzt zum Herbie ist doch... Oh, Explosion am Haku? Haku wurde getötet. Ja. Oh, na. Was hat's denn dort in die Luft, wie er gerade am Hausecke im Weg? Ich hätte mir noch bei Nokia Last kaufen sollen, dann gut. Äh, ich vergesse meinen auch immer, ich benutze mein Visier. Ja, das ist dann ganz gut. Sieht eigentlich immer merkwürdig aus, wenn einer mit, äh... Ja. Guten Abend. Guten Abend. Wurde euch zugeteilt. Sehr schön. Braucht Hilfe. Naja, bis jetzt war's ganz ruhig. Irgendwas ist im Haku-Kot explodiert, keine Ahnung was. Dann komm ich mal... Okay, Kaminski antwortet nicht, dann beschlagt er mich jetzt an Heli. Und... Das Hedipad ist wieder frei. Okay. Muss das jetzt dem Haku mitgeteilt werden, dass das Hedipad frei ist, oder... Ist das jetzt eher egal? Weil ja eigentlich bei der Nachfrage ja gesagt wurde, dass gar kein... Äh... Land der Loppens da ist. Naja, das war ja... Die Land der Loppens war ja der Heli, der unten war. Ja, ich... Okay, gut, ja. Deswegen also... Was bedeutet eigentlich Hades vor deinem Namen, oder Hades? Hades. Hades, okay. So wie der griechische Mensch... Ist einer der SEK-Gruppen. So, okay. Ich bin drin. Ich hab's... Höger, wir bräuchten noch schätzungsweise 10 Minuten, komm. So verstanden. Die gefangen werden. So weit, ähm... Naja... Keine Ausdruck gekommen. Momentan... Dann höchst... Verstand, komm. Corona. Wer leckt hier so durch die Gegend? Äh, keine Ahnung. Ich hab grad so... Stimmenmäßig durch die Gegend lege. Gerade im Funk hat irgendwas so eher vom Rang höchsten gefaselt. Ja, das... Also, bei mir zeigt's auch gar nicht an, wenn jetzt jemand redet. Über einen Gruppenchat. Naja, bei mir auch nicht. Das ist immer eine... Oh, Contact Infantry. Wo ist ein Exor? Exor ist... Der ist mit beim Checkpoint. Ja, dann wird da gleich eine wilde Schießerei losgehen. Der Herr Kaminski hat auch gerade den Arbeitstag in Altes beendet. Äh... Äh... Okay, der steht da ganz im Ordnung. Den können wir stehen lassen. Ja, wir kommen grad zum Rückzimmer, um dich abzuholen. Ja, das Spiel lädt grad noch. Kann sonst auch mit dem Auto kommen. Einmal aufmachen. Bin schon dabei. Los. Los. Und wieder zum Bau. Los. 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 Ist das jetzt eigentlich so, wenn das HQ jetzt online ist, dass da das HQ die Aufträge verteilt, wenn jetzt irgendwie beispielsweise eine Meinung rein kann, ein Kavala-Marktplatz ist das und das, oder macht das dann die Einheit Alpha selber? Ja. Also vom Prinzip her erstmal alles, was so eindeutig in deinem eigenen Zuständig... Oh, Delta, okay. Ähm, also jetzt in deinem eigenen Zuständigkeitsbereich passiert, dann bist du halt viel verantwortlich. Wenn jetzt hier halt jemand sagt, keine Ahnung, mir wurde ein Kavala am Marktplatz mein Auto gestohlen, dann fährst du halt hin dort nachgucken. Okay. Ja. Mach mal auf. Oder mit dem Auto zu uns einfach. Okay. Ja. Ähm, wenn allerdings zum Beispiel solche Sachen so in der Grenze zwischen den Zuständigkeits-Warte-Codes nicht zumachen, dass da Q wieder reinfahren. Mach so. Nein, dann warte ich noch, bis er durch ist. Hallo zusammen. Hi. Mit den Worten bis Unterstützerin Alpha. Ja. Ja, ähm, einer von euch beiden dann einfach Auto ausparken und dann zu uns kommen. Wir fahren noch mal so durch Kavala durch. Hm. Oh. Kommt, danke doch. Aber den hätt ich grad fast überfahren. Ja, ich bin doch grad erstaunt, wo der herkam. Weil der auf einmal von hinten in mein Blickfeld reingerannt kam. War grad zusammen mal woanders. Seht ihr dann? User left your channel. Ne, halt sonst halt's keine Ahnung, wenn zum Beispiel Sachen so am Ölhändler oder so sind Banditen, dann werden halt irgendwelche Einheiten vom Akkudo-Team geschickt. Okay. Oder auch nicht, wenn grad überall anders die Einheiten gerade so schon in den Schießereien verwickelt sind oder anderweitig strikt beschäftigt. Ich dachte mir, ich hab grad die ganze Zeit der Zivi gezockt und dachte mir, jetzt muss ich mal ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen, nachdem mich diverse Leute beschossen haben und ausrauben wollten und sonst was. Ich dachte so, Jungs nicht an mir. Äh, das Quad hier mal einmal bitte durchsuchen und dann beschlagnahmen. Okay. Ach, Stark. Ich wusste, die Stimme kommt mir bekannt vor. Mhm. Stimmt, ich hab dich vorhin gerade offline gehen sehen. Das gehört in Herrn Lewis. Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. Einparken. Okay. Kannst dich leiden, wenn Quad zur Kacke abgestellt werden. Ähm, kleiner... Keiner Trick dabei, wenn du die Map aufmachst, währenddessen du Zeug beschlagnahmst oder Zeug reparierst, geht's schneller. Okay. 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 So lange wie die Map offen ist, tickt es schneller. Ich denke, das liegt einfach tatsächlich an den Ticks oder so und dass du quasi halt einfach, wenn die Map offen ist, ja nur noch die Map anzeigt und nicht mehr die Umgebung ständig rendert und aktualisiert. Das Quark-Bike auch beschlagnahmt? Ne, das steht hier in Ordnung. Das steht hier auf dem Parkplatz. Das war etwas quer zur Parkrichtung, aber... So, ich musste mein Spiel erstmal neu starten. Na, jetzt läds. Na, funktioniert das immer nicht. So, wir haben auch immer noch im HQS mitkommen. Oh, nicht schon wieder die rote Sportlimo. Ich persönlich befürchte, dass sie die gleiche rote Sportlimo wie gestern ist. Gestern ersetzt, dann wird es die Rebellen nicht beschossen haben. Jetzt hab ich's gerafft. Wenn du Fahrzeug, wenn du Polizeiwagen mietest, stehen die auf der einen Seite und wenn du sie auspackst, stehen sie auf der einen Seite.